Und dann sitzt diese ältere Dame vor mir mit den Tränen im Gesicht und sagt, jetzt habe ich das alles so gemacht, damit ich frei bin und jetzt ist das weg. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich heiße Katja Füchsel. Und ich bin Sebastian Leber. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir sprechen heute über einen spektakulären Bankraum, der die Berliner Ermittler vor große Rätsel gestellt hat, bei dem viele Spuren ins Nichts führen und bei dem auch schnell klar wird, dass diese Verbrecher ziemlich clever waren, aber dass sie auch Fehler gemacht haben. Und Fehler, Fehler haben ja nicht nur die Verbrecher gemacht, sondern auch diejenigen, die eigentlich für die Sicherheit der Bank sorgen sollten. Wir werden heute über eine irre Pannenserie sprechen, bei der man sich manchmal fragt, kann das alles wirklich Zufall sein? Als Gast haben wir einen Anwalt, der diesen Fall sehr, sehr gut kennt, weil er nämlich einige der Menschen vertreten hat, deren Erspartes dort geraubt wurde. Michael Plassmann heißt er und der Berliner gilt bundesweit als Experte für das Thema Bankeinbrüche und die Frage, ob und wie die Opfer solcher Taten entschädigt werden. Okay, los geht es mit unserem Fall an einem Montagmorgen. Es ist der 14. Januar 2013. Um 6.15 Uhr, da wird die Feuerwehr fast zeitgleich zu zwei Bränden nach Berlin-Steglitz gerufen. Und die Orte dieser Brände, die liegen auch ziemlich nah beieinander. Der eine ist eine Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses. Der andere liegt etwa 50 Meter weiter, nur durch einen Parkplatz getrennt. Dort steht die Filiale der Berliner Volksbank. An der Schlossstraße ist es ein freistehender Flachbau. Da hat ein Feuermelder angeschlagen. Rauch quillt aus den Türritzen des Tresorraums heraus. Die Feuerwehr öffnet diese Tür, die löscht den Brand und was sie dort vorfindet, das beschreibt uns unser Gast Michael Plassmann. Jetzt muss man sich so vorstellen, dass da hunderte von Schließfächer offen standen, von den Tätern wirklich so richtig radikal aufgebrochen. Überall hatte man Rauchschwaden, Ruß an den Wänden und natürlich diesen, das kennen Sie vielleicht, diesen penetranten Brandgeruch. Und auf dem Boden war es wie so ein Konglomerat von Gegenständen aller Art, die da aus den Schließfächern von den Tätern einfach rausgerissen worden sind und als nicht besonders wertvoll degradiert oder eingestuft wurden. Das waren, einerseits hat man Kfz-Briefe gefunden, vereinzelte Münzen, aber auch so Dokumenten, Matten. Alles in einem völligen Durcheinander auf dem Boden. Ja, und natürlich das, was die Kripo am augenscheinlichsten oder vielleicht auch für sie am zentralsten war, war dieses riesige Loch in der Wand. Ich schätze mal so ein Durchmesser 80 mal 80, in dem die Täter in den Schließfachraum gekommen sind. Und nachdem sie die Tat vollzogen hatten, auch wieder heraus in den Tunnel, um sich von da dann aus und auf und davon zu machen. Und ich denke, in dem Moment war wirklich allen LKA-Mitarbeitern auch klar, das ist hier nicht irgendwie ein Feuer, ein üblicher Brand, sondern das ist vielleicht einer der spektakulärsten Bankeinbrüche dieses Landes. Wir hören also schon, der spektakuläre Tunnelraub war eigentlich gar kein Raub, sondern ein Einbruch. Bei einem Raub im juristischen Sinn müssen Opfer beteiligt sein und mit Gewalt bedroht werden. Ja, aber weil kein Mensch Bankeinbruch sagt, bleiben wir jetzt umgangssprachlich bei Bankraub, okay? Okay. Die Polizei sichert den Tatort. In den Tunnel wagen sich die Brandermittler erstmal nicht, denn auch da hat das Feuer gewütet und kein Mensch weiß, ob diese Konstruktion hält. Und außerdem könnten die Täter ja auch Fallen gestellt haben. Und trotzdem wird sehr schnell klar, wohin dieser Tunnel führt, nämlich knapp 50 Meter weiter rüber zu der Tiefgarage, in der es ja ebenfalls gebrannt hat. Und auch dort findet die Feuerwehr beim Löschen ein dickes Loch in der Wand. Und um diesen Tunnel zu erkunden, leiht sich die Polizei von den Berliner Wasserbetrieben dann einen Roboter aus. Der wird normalerweise dazu benutzt, durch Abwasserrohre zu fahren, um da zu schauen, wo es Verstopfungen gibt. Und jetzt fährt dieser Roboter aber durch den verrusten Tunnel, filmt dabei verkohlte Holzbretter an den Wänden. Und auf dem Boden, da liegt einiges Zeug rum, zum Beispiel leere Kanister und verkohlte Autoreifen. Und die sollten wohl als Brandbeschleuniger dienen. Genau, weil die Täter, die haben auf ihrer Flucht eine lange Benzinspur verschüttet, durch den Tunnel bis rüber zur Tiefgarage. Der ganze Tunnel sollte in Flammen aufgehen, damit alle Spuren vernichtet werden. Das ist jedenfalls die Theorie der Ermittler. Ja, aber dieser Plan ist nicht aufgegangen und zwar deshalb, weil nicht genug Sauerstoff in dem Tunnel war und deshalb hat es nur zu einem Schwellbrand gereicht. Und so sind da nicht alle Spuren vernichtet worden und das wird auch gleich noch wichtig werden. Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Wir freuen uns auf euch. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Okay, klar ist, die Täter sind durch die Garage entkommen. Dann lass uns doch jetzt erstmal darüber sprechen, was bei diesem Bankraub erbeutet wurde. Also in dem Tresorraum der Volksbank, da gibt es insgesamt 1600 Schließfächer. Von denen sind zu dem Zeitpunkt aber nur 900 vermietet gewesen. Und die Täter haben weniger als 300 davon aufgebrochen, genau genommen 294 Stück. Und die liegen alle so im selben Bereich des Tresorraums. Das ist übrigens genau die Bankfiliale, in der mein Vater mein allererstes Firokonto eröffnet hat. Okay, und da hattet ihr auch so dicke Goldbarren im Stich? Ich habe da nur das Geld eingezahlt, mit dem ich mir mein allererstes Mofa kaufen wollte. Gut, wie viel wertvoller Schmuck und andere Schätze in diesen Fächern lagen, das muss jetzt erstmal ermittelt werden. Und das dauert. Die Kunden werden informiert und nur die wissen ja, was sie dort in der Bank alles gelagert haben. Was das für Kunden sind und wie sie beweisen müssen, was sich in ihren Schließfächern befand, darüber sprechen wir später auch noch. Aber am Ende schätzen die Ermittler jedenfalls, dass die Räuber rund 10 Millionen Euro erbeutet haben. Unser Gast Michael Plassmann, der vertritt in ganz Deutschland Geschädigte von solchen Bankeinbrüchen. Und er hat mir anschaulich erklärt, warum Täter manchmal Beute am Tatort zurücklassen. Sodass dann, wie jetzt in diesem Fall, richtig viele Wertgegenstände noch am Boden rumliegen. Sie haben gewühlt, gemacht und das nehmen wir mit. Aber haben dann aber auch Gegenstände, die offensichtlich nichts wert waren. Ob das Dokumente waren, ob das mal Schmuck war, ob das auch mal Münzen waren, die dann runtergefallen sind. Also man muss sich ja vorstellen, Täter sind dann in dem Moment geht es los. Und dann sind die auch unter Druck. Und da gibt es natürlich auch Situationen, wo Sachen liegen bleiben, wo wir sagen würden, die hätten wir doch noch mitnehmen können. Um die Täter zu schnappen, gründet das LKA die zehnköpfige Soko-Tunnel. Die Ermittler überprüfen dann erstmal alle Bankmitarbeiter, ob die vielleicht als Verdächtige in Frage kommen, aber Fehlanzeige. Gleichzeitig arbeiten sie sich durch die Unterlagen, überprüfen die Papiere, die Ausweiskopien von allen Kunden. Und es wird bald klar, dass die Täter sehr viel Aufwand betrieben haben und ihre Planungen schon mehr als ein Jahr zuvor begonnen haben. Also im September 2011, da hat nämlich einer der mutmaßlichen Täter die Filiale betreten und sich als Kunde ausgegeben. Nach den Recherchen des LKA hat es wohl eine Person gegeben, die mit gefälschten Ausweispapieren ein Schließfach angemietet hat. Und diese Anmietung dazu genutzt hat, sich die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. Das ist eigentlich ein gängiges Mittel, was die Täter in allen Schließfacheinbrüchen machen. Also das heißt, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sehen die Räumlichkeiten aus. Und die Räumlichkeiten bei der Berliner Volksbank bestanden ja aus zwei, wenn Sie so wollen, Parallelräumen, die durch einen Mittelgang oder durch einen Torbogen verbunden waren. Und dann mehr oder minder komplett mit den Schließfächern, mit Schränken, wo Schließfächer drin waren, ausgestattet waren. Den Ausweis, den der Mann vorzeigt, das ist ein niederländischer Pass, ausgestellt auf den Namen Pavel Hatira. Aber einen Pavel Hatira gibt es nicht. Das heißt, es gibt schon einen, ich habe das mal gegoogelt, der ist Kapitän bei der Lufthansa. Aber der sieht ganz anders aus, als der Mann auf dem Passbild. Vielleicht ist er es doch und er hat nur das Foto gefälscht. Ja, das wäre sehr schlau gewesen. Okay, auf dem Ausweis ist eine Meldeadresse angegeben. Dort finden die Beamten allerdings keine Wohnung, sondern nur einen Briefkasten. Und auf dem Briefkasten steht ein Namensschild, Pavel Hatira. Und außerdem hat jemand etwa zur selben Zeit, als dieser angebliche Pavel Hatira das Schließfach angemietet hat, noch drüben auf der anderen Straßenseite Parkplätze in der Tiefgarage gemietet. Und das war ein Mann mit dem wunderschönen Namen Simon Segura. Persönlich hat sich Simon Segura nie vorgestellt. Es ist alles telefonisch und per Mail abgelaufen. Der Mann hat gleich vier Parkplätze nebeneinander gemietet. Und dann hat er um diese herum Leichtbauwände einrichten lassen und ein Rolltor eingebaut, sodass man den ganzen Bereich blickdicht abriegeln konnte. Und dass sich da einer ein Separé einbaut, das hat auch niemand gestört. Nein, das war kein Problem. Und von dort haben die Täter dann erstmal ein Loch in die Garagenmauer gebohrt mit einem Kernbohrer. Das Rumgebohre macht natürlich viel Lärm. Und den haben sie, so vermuten die Ermittler, mit Baumwolldecken abgedämpft. Aber in dieser Gegend gibt es zu dieser Zeit mehrere Baustellen und ständig gibt es Lärm. Und da war es den Anwohnern auch egal, wo genau diese Geräusche jetzt herkamen. Es ist jedenfalls niemandem etwas aufgefallen. So ein Kernbohrer, der wird häufig für spätakuläre Einbrüche benutzt, auch im Clan-Milieu. Und diese Bohrer, die kosten so 5000 Euro aufwärts. Und mit denen kommt man tatsächlich durch dicke Betonwände durch. In diesem Fall, da haben die Täter einen Bohrkopf mit einer Breite von 80 Zentimetern benutzt. Und damit haben sie vier Löcher gebohrt. Also zwei nebeneinander und dann noch mal so zwei direkt darüber. Und so ist ein Loch entstanden, durch das ein Mensch bequem durchkommt und das ein bisschen aussieht wie so die Umrisse eines Schmetterlings. Also bei mir geht die ganze Zeit jetzt schon das Kopfkino los. Also erst sehe ich so einen Stullen, erst einen Parkhauswächter in seinem Kabaus sitzen und immer so kopfschüttelnd zu diesem lärmenden Separe rüber gucken. Und jetzt auch noch so ein Schmetterling im Gegenlicht. Also ist dieses Ding eigentlich mal verfilmt worden? Nein, bisher nicht. Aber einen Parkhauswächter gab es auch nicht. Also das ist ja eine Tiefgarage, jetzt kein Parkhaus. Also diesen Bohrer, den haben sie zweimal gebraucht. Erstmal, um aus der Tiefgarage rauszukommen und dann noch am Ende, um sie auf der anderen Seite des Tunnels durch die Tresorwand in die Bank reinzubohren. Der Tunnel verläuft dann vier Meter unter der Erdoberfläche und das klingt jetzt erstmal leichter, als es eigentlich ist. Denn Berlin ist auf dem sogenannten Merkischen Sand gebaut und der hat praktisch kein Geröll und keinen Lehmanteil. Und da ist es quasi unmöglich, einen Tunnel zu bauen, ohne ihn auch abzusichern. Also der würde sofort einstürzen. Deshalb haben die Täter hunderte Holzbretter verbaut, jeweils oben an der Decke sowie links und rechts an den Wänden. Das Holz dafür haben sie sich über mehrere Wochen hinweg an verschiedenen Baustellen in Berlin zusammengeklaut. Und damit es wirklich hält, haben sie diese Bretter dann noch jeweils mit Holzwinkeln verschraubt. Diese Holzwinkel, mehr als tausend Stück sind es, werden zu einer heißen Spur für die Ermittler. Denn sie finden heraus, woher sie kommen. Von einem Tischler aus Polen. Und der kann sich auch noch ganz genau daran erinnern, wem er sie verkauft hat. Also zumindest wie der Mann aussah. Das sei ein 30- bis 35-jähriger kräftiger Mann gewesen mit dunklen Haaren und dunklem Tarn. Und der habe ein Auto mit Berliner Kennzeichen gefahren. Und der habe Deutsch und Englisch gesprochen, aber kein Polnisch. Nach Polen führen auch noch andere Spuren, die die Täter im Tunnel hinterlassen haben. Also da sind einmal polnische Autokennzeichen, zwei polnische Bierdosen, Zigarettenschachteln und ein Kriminalroman ebenfalls auf Polnisch. Jetzt könnte man denken, das ist doch ein bisschen auffällig alles. Aber das klingt fast so, als wolle da jemand absichtlich eine falsche Spur nach Polen legen. Und das hält die Polizei natürlich auch für denkbar. Und trotzdem geht sie dieser Spur nach und lässt ein Phantombild anfertigen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Und es gibt auch noch einen zweiten Mann, nach dem die Ermittler mit einem Phantombild suchen. Genau, und zwar gehört die Tiefgarage ja zu einem Gebäude, in dem sich mehrere Arztpraxen und einen Schreibwarenladen befinden, aber auch ein paar Wohnungen. Und in der Silvesternacht, also zwei Wochen vor dem Raubüberfall, da haben Jugendliche in der Tiefgarage zwei auffällige Männer gesehen. Und an den einen können sie sich noch sehr gut erinnern, weil sein Aussehen recht markant war. Der hatte nämlich ein großes Muttermal im Gesicht, auf der linken Wange so schräg unter dem Auge. Falls ihr selbst mal sehen wollt, ob euch einer der beiden Männer vielleicht bekannt vorkommt, die Phantombilder verlinken wir euch in den Shownotes zu dieser Folge. Die Polizei veröffentlicht auch Fotos von markanten Schmuckstücken, die geraubt wurden, zum Beispiel eine teure Diamantkette. Einfach in der Hoffnung, dass ein Händler sie erkennt, wenn die Täter ihre Beute zu Gelden machen wollen. Fast 1000 Hinweise gehen ein und ein paar Quatschige sind auch darunter. Wie immer melden sich auch Wünscheroutengänger und Wahrsager. Aber eine ganz heiße Spur, die gibt es erstmal nicht. Unser Gast Michael Plassmann, der hat damals auch selbst viele Hinweise erhalten und an einen kann er sich noch gut erinnern. Ich hatte mal einen Hinweis, ich hatte einen Anruf von einem Mann, von dem ich auch erst dachte, das klingt alles ein bisschen abstrus, aber irgendwie hat er doch ein paar Informationen mehr und habe gesagt, komm, hör dir den mal an. Und dann habe ich mich mit dem auch getroffen und so die erste Viertelstunde, 20 Minuten war auch so, war ich auch so leicht geneigt zu sagen, also jetzt beenden was, weil das bringt nicht weiter. Aber dann hat er doch sehr, sehr viel erzählt, auch berichtet zu der Spur nach Polen, auch mit einer gewissen Detailtreue und Besonderheiten, die er da recherchiert hat. Ich habe nicht richtig durchschaut. Er hatte jemanden wohl, der da betroffen war. Das war wohl der Hebel, warum er sich in dieses ganze Thema so reingekniet hat. Und hat dann auch eine Spur in einen kleinen Ort in Polen gehabt, wo zwei Menschen, die dort selbstständig waren, so ein knappes halbes Jahr nach der Tat unter deutlich verbesserten wirtschaftlichen Lebensumständen da agiert haben. Und das klang schon alles sehr spannend. Ich habe natürlich mit ihm die Frage erörtert, inwieweit er das auch mit den Ermittlungsbehörden besprochen hat, weil ja diese Spur doch interessant zumindest zu sein schien. Aber er ist da, glaube ich, bei den Ermittlern, die hatten wohl Gründe, diese Spur nicht weiter zu verfolgen. Ich gebe zu, es hatte was sehr Spannendes. Wenn Sie mich heute, zehn Jahre später fragen, wo ich so manchmal denke, ach, das hätte ich doch nochmal machen müssen. Es gibt auch zwei DNA-Spuren, die die Ermittler sichern können. Und zwar an Gegenständen, die die Täter im Tunnel hinterlassen haben. Und dazu auch noch zwei Fingerabdrücke. Die ergeben beim Abgleich im Computersystem aber keinen Treffer. Ja, und noch was Merkwürdiges. Der Tunnel verläuft nicht gerade, sondern macht nach 25 Metern eine auffällige Kurve. Also die ursprüngliche Richtung des Tunnels, die hätte die Täter deutlich an der Bank vorbeigeführt. Die haben dann aber die Richtung korrigiert, also einen Knick gemacht und so nach schräg links weitergegraben, um die Bank da noch zu erreichen. Und wie genau sie das gemerkt haben, dass sie da unter der Erde gerade in die falsche Richtung buddeln, das ist den Ermittlern ein Rätsel. In der Hoffnung, vielleicht Rückschlüsse auf die Täter ziehen zu können, analysiert die Soko-Tunnel auch ganz genau die angewendete Buddel-Technik und spricht mit Menschen, die damals in der DDR Fluchttunnel gegraben haben. Die Beamten vermuten, dass sich die Täter jedenfalls nicht mit der Bergbautechnik so genau auskennen, aber wohl eine militärische Ausbildung genossen haben. Spannend ist ja auch die Frage, was die Täter eigentlich mit dem ganzen Sand gemacht haben, den sie da ausgehoben haben. Den haben sie nämlich Stück für Stück in Kisten abtransportiert, wahrscheinlich über Wochen hinweg auf verschiedenen Baustellen in Berlin ausgekippt. Das müssen ungefähr 140 Tonnen gewesen sein. Das wären sechs volle LKW-Ladungen. Die Ermittler nehmen dann sogar Proben auf diversen Baustellen, um das vielleicht irgendwie zuordnen zu können. Aber sie stellen fest, dass der Sand im Erdreich von Berlin überall gleich aussieht. Der ist quasi austauschbar. Da konnten sie also auch überhaupt gar keine Rückschlüsse auf irgendwas ziehen. Und auch wie lange die Täter genau gegraben haben, kann die Soko nicht rekonstruieren. Und es gibt erst kurz die Vermutung, dass die Täter sich ihren Plan vielleicht gar nicht selbst ausgedacht haben, sondern sich inspirieren ließen. Und zwar von diesem polnischen Kriminalroman, den die Polizei ja im Tunnel gefunden hat. Vielleicht haben die Täter einfach die Handlung kopiert. Ja, und dann lassen sie das Drehbuch liegen. Was soll das denn? Ja, es wäre selten dämlich, aber die Ermittler halten das schon für möglich. Und deshalb lassen sie den Krimi tatsächlich aus dem polnischen übersetzen. Und die Handlung ist eine komplett andere. Das bringt sie also auch nicht weiter. So, jetzt lass uns mal einen Schritt zurücktreten. Diese Tunnelgeschichte und die geglückte Flucht, das klingt ja alles erstmal ziemlich spektakulär und clever. Und die Medien, die berichten auch über die Tat, so als wäre es ein Geniestreich. Da fallen in den Berichten dann auch so Beschreibungen wie Hollywoodreif oder Meisterleistung und so. Der Michael Plassmann, der sieht das ein bisschen kritischer. Ja, es ist ja so, wissen Sie, wenn ich heute oder morgens das Radio anstelle und höre von so einem dreisten Kuh wie dem Tunnelraub, dann ist man erstmal neugierig, was da gemacht worden ist. Und dann hört man, was die für eine Energie und wie clever die waren und so weiter. Und dann liest man ja in den Medien auch oder auch wenn man Leute dann befragt, das haben die ja toll gemacht und so ein bisschen Chapeau, wie die, die alle ausgetrickst haben. Das kann man ja so als Beobachter auf den ersten Blick fast so ein bisschen mit menschlich nachvollziehen, dass da so ein gewisser Chapeau-Effekt kommt. Aber wenn man die andere Seite kennt, wenn man weiß, wie Leuten die Existenz zerstört wird, dann ist da nichts mehr mit Chapeau, sondern da ist man wirklich entsetzt, wie mit welcher Rücksichtslosigkeit bestimmte Täter unter Missachtung wirklich ja Lebensleistungen, die Dinge da einfach rauben. Und wenn man mal so mit einem Mandanten, einem gestandenen Mann oder Frau da sitzt und dann nicht nur Anwalt sein muss, sondern auch wirklich Psychologe und Seelsorger, weil die Menschen wirklich weinen und nicht weiter wissen oder mit 70 nochmal anfangen zu überlegen, ob sie nochmal arbeiten gehen, weil sie wissen, dass was sie eigentlich sich als Vorsorger an die Seite gelegt haben, nicht mehr da ist. Und dann kann man keinerweise irgendwie das anerkennen, dass Leute so clever gewesen sind, sondern es sind Menschen, die ein Jahr lang Zeit haben, offensichtlich ohne Geld verdienen zu müssen, so etwas vorzubereiten, weil sie sich am Ende des Tages von Millionen bereichern, die andere Leute hart erarbeitet haben. Michael Plassmann vertritt damals mehr als ein Dutzend Geschädigte des Tunnelraubs. Er sagt, bei vielen Geschädigten habe es sich um ältere Menschen gehandelt, die einen Teil ihrer Altersvorsorge dort in bar hinterlegt haben, die auch verhindern wollten, dass ihr Geld durch Minuszinsen auf dem Konto quasi entwertet wird. Und deren Geschichten, die sind zum Teil richtig tragisch. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich eine ältere Dame hatte, die noch aus der Familiengeschichte erzählt wurde, wie in den 20er Jahren, als dann die Inflation Ende der 20er Jahre war, Schwarzer Freitag, wie die noch von den Urgroßeltern so erzählt bekamen, wir mussten das Geld haben, weil wir es sofort brauchten, um es umzuwandeln, wenn es nichts mehr wert war. Und es hat sich so eingebrannt. Und dann sitzt diese ältere Dame vor mir mit den Tränen im Gesicht und sagt, jetzt habe ich das alles so gemacht, damit ich frei bin. Und jetzt ist das weg. Und mir hat auch niemand gesagt, dass das so schlecht gesichert war. Und das ist so, wie jetzt, wenn die gesamte Existenz so ans Wanken kommt, wenn alles das, was Sie sich für den Lebensabend vorgenommen haben, da deponiert war, dann geht viel kaputt. Hallo, ich bin Lorenz Marreuth, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Okay, die Frau kann einem echt leid tun. Aber ist es nicht auch so, dass in Schließfächern oft Geld gelagert wird, um an einer Steuer vorbeizukommen? Blassmann sagt, das ist ein sehr weit verbreitetes Klischee, aber es sei eher die Ausnahme. Und klar, also falls jemand in einem dieser Schließfächer Schwarzgeld hat, kann er das natürlich jetzt nicht angeben und auf Entschädigung hoffen. Das ist jetzt futsch. Der älteren Dame jedenfalls und auch vielen anderen Opfern will die Berliner Volksbank erst mal gar nichts zahlen. Denn tatsächlich ist in Deutschland nicht jedes Schließfach automatisch versichert. Oft muss man dafür eine Extraversicherung abschließen. Darauf müssen die Kunden aber hingewiesen werden. Und ob das im Beratungsgespräch so passiert ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Also viele der Geschädigten sagen, das haben wir ihnen bei der Anmietung des Schließfaches nicht mitgeteilt. Die Bank sagt natürlich, das kann gar nicht sein. Die Tatsache ist aber, dass nur 20 Prozent der Geschädigten eine Versicherung abgeschlossen haben. Die Volksbank behauptet auch, ihre Räume waren sicher. Es gab keine Schwachstellen und auch keine Pannen. Was die Ermittler ein bisschen anders sehen. Michael Plassmann hat mir das sehr anschaulich erklärt, was da alles schiefgelaufen ist. Also die Schließfachräume bei der Berliner Volksbank haben nach meiner Einschätzung nicht dem Stand der Technik entsprochen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man geht durch die Tür durch. Man versucht, die Tür irgendwie zu öffnen. Oder man versucht, von außen in diesen Schließfachraum zu gehen. Das sind ja die beiden Varianten. Und wenn man von außen versucht, also ein Loch zu buddeln oder zu sprengen, wer auch immer, dann ist es ja das Naheliegendste, einen sogenannten Durchbruchsschutz zu installieren. Was heißt ein Durchbruchsschutz? Das heißt, in dem Moment, wo jemand mit Gewalt gegen die Außenwand geht, dann kann man sogenannte Erschütterungsalarm installieren. Das heißt, in dem Moment, wo da mit Gewalt gegen gegangen wird, wird ein entweder lauter oder stiller Alarm. Zusammensteller haben noch besser, weil die Täter das dann nicht mitbekommen, wird dann ausgelöst und die Polizei kann kommen. Man kann das noch, diese Erschütterung, wenn man sie von außen nicht macht, zum Beispiel dadurch machen, dass man Alarmschleifen in die Tresorwand entsprechend installiert. Das heißt, der Bohrer geht immer schön weiter. Es sieht alles gut aus. Wir kommen schön durch. Aber parallel ist die Polizei im Vormarsch und er tappt die Täter. Also das Wichtigste ist natürlich, dass die gar nicht reinkommen. Und der Durchbruchsschutz ist der entscheidende Hebel. Und das ganz einfache wäre gewesen, wenn es diesen entsprechenden Durchbruchsschutz gegeben hätte, dann wäre die Polizei gekommen und die hätten die auf frischer Tat ertappt. Plassmann sagt, dass Profi-Bankräuber natürlich wissen, dass so ein Erschütterungsmelder eigentlich Standard ist. Und dass sie diesen Coup trotzdem durchgezogen haben, deute im Umkehrschluss auf das Wissen eines Insiders hin. Womit wir dann wieder bei den Angestellten der Bank wären. Aber das kann ja auch ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma gewesen sein oder ein Arbeiter der damaligen Baufirma oder ein Ingenieur und so weiter und so fort. Ja, aber das ist nicht das Einzige. Auch im Inneren eines Tresorraums gibt es üblicherweise Schutzmechanismen, nämlich Bewegungsmelder, die Alarm schlagen, sobald sich da außerhalb der regulären Öffnungszeiten irgendwas bewegt. Und die Volksbank in Steglitz, die hatte auch Bewegungsmelder und die hatten auch Strom und liefen soweit einwandfrei. Aber trotzdem gab es da eine große Schwachstelle. Das Problem ist, dass der Umfang dieses Bewegungsmelders in diesem Fall nicht umfänglich war, weil vor diesem Bewegungsmelder an einer Stelle die Schränke mit den Schließfächern standen. Also Sie können sich vorstellen, dass ein Bereich war komplett nicht erfasst von den Bewegungsmeldern, weil der falsche installiert war. Und die Täter, und das ist ja das Verrückte an dieser ganzen Tat, sind durch die Wand durch. Es hat keinen Alarm gegeben. Dann hätte es einen Alarm geben müssen, wenn sie dann quasi durch das Loch durchgekrabbelt sind und plötzlich in dem Schließfacherraum sind. Wurden aber nicht erfasst, weil der Bewegungsmelder verdeckt war oder behindert war durch die Schränke mit den Schließfacherräumen. Also das ist auch schon von der Installation her ein zweiter Fehler, den man dem Bebank da vorhalten muss. Gut, wir sind aber noch nicht am Ende mit Pleiten, Pech und Pannen. Es gibt noch einen echten Hammer. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Den hat allerdings nicht die Bank verzapft, sondern der beauftragte Sicherheitsdienst. Und zwar gab es am Samstagmorgen, also zwei Tage, bevor die Täter das Feuer gelegt haben, schon mal ein Alarm. Und das kam so. Offensichtlich haben die Täter einen kleinen Fehler gemacht. Die wussten, welcher Bereich von diesem Bewegungsmelder nicht erfasst ist. Aber wahrscheinlich haben sie eine Sekunde nicht aufgepasst und sind ein bisschen zur Seite in den Bereich reingegangen, wo der Bewegungsmelder die Bewegung entsprechend erfasste. Dann hat es eine Alarmmeldung gegeben bei dem Sicherheitsdienst. Was macht so ein Sicherheitsdienst? Da gibt es immer so zwei Stufen. Da fährt erst mal jemand hin, guckt sich das vor Ort an. Und dann, je nach Situation, gibt es dann einen ganz klaren Plan, was zu erfolgen hat. Und der Sicherheitsmann, und das ist wirklich das, was diese ganze Geschichte auch noch abrundet, in katastrophaler Weise, hat dann den entsprechenden Raum, wo die Sicherheitsmelder angebracht sind, geöffnet. Und dann stand auf dem Display Alarm Tresor. Also die schlimmste Nachricht, die man sich eigentlich vorstellen kann. Alarm Tresor. Und der Bewegungsmelder hat das gemacht, was er sollte. Also Kontakt ausgelöst. Er war auch noch ablesbar. Und dieser Sicherheitsmann, was hat der gemacht? Er hat dann nicht, was sein Handbuch vorgegeben hätte, dann natürlich sofort Alarm bei der Polizei mit allem, was dazugehört, ausgelöst. Sondern hat, wie er später gegenüber dem LKA erklärt, gesagt, er ging davon aus, hätte nichts gehört, nichts mitbekommen. Und das wäre wahrscheinlich eine Spinne oder eine Maus gewesen, die sich da bewegt hätte. Und hat dann das wieder in den Grundzustand gestellt. Das muss man sich wirklich vorstellen. Man sieht, trotz aller Versäumnisse der Bank, die ich skizziert habe, hätte man mit dem vorhandenen Sicherheitssystem die Täter noch auf frischer Tat ertappen können, wenn ordentlich gearbeitet worden wäre. In diesem Fall Versäumnis von dem Sicherheitsdienst. Nachdem die Ermittlungen der Polizei all diese Pannen aufgedeckt haben, haben die Geschädigten dann natürlich gute Argumente in der Hand. Sie haben sich zusammengeschlossen in der Interessengemeinschaft Tunnelraub. Und jetzt organisieren sie eine Demonstration vor der Volksbank. Und Michael Plassmann lädt dazu die Presse ein und erklärt, wo überall geschlampt wurde. Und so lässt sich die Volksbank dann doch noch auf Entschädigungsverhandlungen ein. Ungefähr ein Drittel des geschätzten Schadens hat die Bank dann am Ende an die Betroffenen ausgezahlt. Das Geschädigte sich auf außergerichtliche Einigungen einlassen und damit einverstanden sind, dass sie nur einen Teil ihres Schadensersatzes bekommen. Auch wenn solche Pannen passieren, wie in diesem Fall. Das hat laut Plassmann mit den vielen Unwägbarkeiten eines Prozesses zu tun. Ich bearbeite gerade ein Verfahren, das liegt jetzt fünf Jahre schon da und wir haben immer noch keine Entscheidung beim Landgericht. Also das heißt, es ist eine psychische Belastung, die erstmal setzt sich fort. Also diese Beschäftigung mit dem, was man nicht erleben wollte, ist ein Dauerzustand im Leben, insbesondere wenn man älter ist. Und die Garantie, dass alles erstattet wird, hat man nicht. Weil neben dieser Pflichtverletzung, die wir natürlich immer dann nachweisen müssen, was die manchmal dann ein bisschen schwierige, die leichtere Hürde ist, müssen natürlich auch die Geschädigten den Nachweis führen, was sich in dem Schließfachraum befunden hat. Und da ist die Beweislast eben bei den Geschädigten zunächst. Und das führt immer dazu, dass man natürlich immer die Frage hat, kannst du eigentlich alles nachweisen? Und das heißt, man hat auch nicht daran gedacht, dass man jedes Einzelne noch mal fotografiert, weil man, das wird ja immer so ein bisschen gesagt, warum haben sie das nicht angemessen dokumentiert? Dann sagt natürlich ein Kunde auch, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich davon ausgehen muss, dass mein Schließfach aufgebrochen wird, wenn sie mir gesagt hätten, die sind so schlecht gesichert, dann hätte ich alles fotografiert. Der Tunnel, der wird irgendwann zugeschüttet. Also Baggerrücken an, öffnen von oben den Tunnel und schütten dann Sand rein, damit nicht irgendwann doch nochmal oben der Parkplatz absackt. Als letzte Hoffnung setzt das LKA Jahre später auf die Kollegen der operativen Fallanalyse, besser bekannt als die Profiler. Normalerweise werden die ja hinzugerufen, wenn die Mordkommission nicht weiter war. Und den Chef der Berliner Profiler, den Christian Schulz, den hatten wir in unserer 21. Episode als Gast im Studio. Diese Folge heißt Profiler auf der Spur, wenn der Fall aussichtslos erscheint. Falls ihr diese Folge nicht gehört habt, dann hört er unbedingt nochmal rein. Der Steglitzer Tunnelkuh, das ist der erste und bis heute einzige Einbruch, den die Profiler übernommen haben. Und es wird ihre bislang aufwendigste Fallanalyse. Ja, weil sich die Profiler erstmal Expertise zum Bankwesen aneignen müssen. Sie sprechen auch mit Physikern und Experten vom Bergbauwerk und so weiter. Viel Arbeit, viel Frust und am Ende alles vergeblich. Die Täter werden nie geschnappt. Einer der Männer von den Phantombildern, der wird aber dann tatsächlich noch identifiziert. Und bei ihm handelt es sich um einen Rentner aus Steglitz, der aber schon 2015 in Thailand verstorben ist. Und der hatte wohl mit diesem Verbrechen nichts zu tun. 2023, also nach zehn Jahren, da werden die Ermittlungen endgültig eingestellt, denn da ist die Tat verjährt. Die Bankräuber können für dieses Verbrechen also nicht mehr bestraft werden. Das heißt aber nicht, dass die Täter jetzt irgendwie sich zu erkennen geben können und in Talkshows und Büchern mit ihren Glanzleistungen prahlen. Denn dann würden natürlich ganz schnell die Volksbank und ihre Kunden auf der Matte stehen, die ja Geld zurückfordern wollen, weil die zivilrechtlichen Ansprüche, die sind ja nicht verjährt. Also zehn Millionen Euro für ein Jahr Buddelei. Das rechnet sich ja selbst, wenn an dem Kuh, sagen wir mal, ein Dutzend Leute beteiligt waren. Aber wären die jetzt echte Superhirne gewesen, dann werden ihnen wahrscheinlich nicht so viele Fehler unterlaufen. Also zähl doch jetzt nochmal auf, Sebastian. Naja, da sind die vielen hinterlassenen Spuren. Da ist der Brand, der wegen Sauerstoffmangel dann doch nur ein Speelbrand war. Da ist der Alarm, den sie ausgelöst haben. Also sie sind ja eigentlich bloß deshalb nicht geschnappt worden, weil sich der Wachdienst noch ungeschickter angestellt hat, als sie selbst. Und dann noch diese ganzen Ungereimtheiten. Also ich meine diese Pleiten, Pech und Pannen. Was meinst du, kann das alles wirklich nur Zufall gewesen sein? Das passt doch ganz wunderbar nach Berlin eigentlich, oder? Da steckt doch mit Sicherheit keine Absicht dahinter, die haben das einfach verbockt. Und am Ende will niemand schuld gewesen sein. Auch das klingt sehr nach Berlin. Zum Zehnjährigen ist der Tunnelraub dann übrigens auch nochmal in der Presse, weil eine neue Theorie verbreitet wird. Und zwar eine, die erklären soll, warum die Täter auf dem Boden im Tresorraum so viele Wertgegenstände liegen gelassen haben. Also Schmuck und Münzen und so weiter. Nämlich könnte es vielleicht sein, dass die Täter gar nicht auf Geld auswahren, sondern geheime, wertvolle Dokumente gesucht haben? Tja, also unser Gast Michael Plassmann, daher ist er eher skeptisch, was diese Theorie betrifft und er kann es auch begründen. Also Futter bekommen solche Theorien dadurch, dass ja auch, das ist auch meine Beobachtung, in den Schließfächern häufig auch USB-Sticks drin sind. Also das habe ich auch bei Mandanten, ohne dass die deswegen jetzt irgendwie was zu verheimlichen hätten, sondern die haben bestimmte Sachen einfach auch da nochmal dokumentiert und nochmal abgesichert quasi, damit das nicht wegkommt. Also das ist schon ein ganz schöner Aufwand, das muss ja hochbrisant gewesen sein, was da drin ist. Also ich halte das für relativ abwegig und was auch dagegen spricht, gegen diese Theorie ist, dann müsste sicher dieser Datensatz oder dann auch glücklicherweise in dem Bereich der Schließfächer befunden haben, der nicht von den Bewegungsmeldern erfasst ist. Und da wirklich jedes Schließfach, was von diesem Bewegungsfall nicht erfasst, wo das geräumt wurde, wäre das dann, wenn Sie so wollen, Beifang gewesen. Und das finde ich klingt ein bisschen komisch. Liebe Hörerinnen, damit sind wir am Ende dieses Falls, aber es lohnt sich heute wieder dran zu bleiben, denn gleich gibt es noch unsere Rubrik Crime Update. Aber erstmal sagen wir herzlich Danke bei unserem Redakteur Michael Reinhardt und bei Heiko Bär für die Produktion. Und wir haben wieder eine Bitte an euch, wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast helft, noch weiter zu wachsen und bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer immer ihr hört möglichst viele Sterne da lasst. Und bitte teilt doch die heutige Folge mit allen Menschen, Filme wie Ocean's Eleven für völlig unglaubwürdig gehalten haben. Gut, jetzt aber zu unserer Rubrik Crime Update. Da berichten wir euch jedes Mal, was mit den Personen aus unseren bisherigen Fällen passiert ist oder welche neuen Entwicklungen es in der Zwischenzeit gab. Und heute geht es um unsere 27. Folge. sie heißt Gefährliche Lügen das Treiben der Holocaust Leugnerin Haferbeck. Da haben wir darüber gesprochen, wie die Rechtsextremistin Ursula Haferbeck wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Und nun gibt es neue Nachrichten von dieser Frau. Im Juni wird sie schon wieder vor Gericht stehen und zwar diesmal vor dem Landgericht Hamburg. Da muss sich die 95-Jährige dann ein weiteres Mal wegen Volksverhetzung verantworten. Das Ganze ist eine Berufungsverhandlung. Die mutmaßliche Tat ist schon sagenhafte neun Jahre her. Aber der Prozess wurde immer wieder verschoben, unter anderem wegen der Corona-Pandemie und dann war die Verurteilte krank geworden. Die Strafe aus ihrem Berliner Urteil, über das wir hier im Podcast berichtet haben, also das Jahr Gefängnis ohne Bewährung, das hat sie auch noch nicht angetreten. Also sie hatte erst einen Antrag auf Haftunfähigkeit gestellt, um von der Strafe verschont zu bleiben und wie es jetzt aber aussieht, wird sie im Laufe dieses Jahres dann wohl endlich in den Knast gehen. Und ob das tatsächlich auch passiert, darüber halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Gut, unsere nächste Folge Tatert Berlin, die gibt es am ersten Samstag im mitbringen was, liebe Katja. Beim nächsten Mal, da sprechen wir über die Liebe, aber wie du dir sicher vorstellen kannst, es wird leider mal wieder eine Geschichte ohne Happy End. Wunderbar, da bin ich gespannt, bis dahin, tschüss Katja. Tschüss, lieber Sebastian.